Sehnen Sie sich auch nach hoffentlich bald einsetzenden Frühlingsgefühlen? Jetzt, in der Zeit, wo wir voller Motivation noch an den Neujahrsvorsätzen festhalten, haben viele das Bedürfnis nach einem Tapetenwechsel im Zuhause. Frische und Helligkeit dürfen jetzt Einzug halten. Wir haben ein besonderes Schnäppchen von Alberger Bitwisch, bekannte Marke Fusse-Necker. Das ist österreichische war, habe ich vier verschiedene Designs in einem wirklich frischen, ansprechenden Design und jetzt zum halben Preis. Und außerdem sind fast alle lagerten Bettwäsche, die wir jetzt noch haben, um mindestens 10 Euro günstiger zu haben bei uns. Und damit es im Bett nicht nur frisch, sondern auch noch angenehm kuschelig ist, braucht es die richtige Zudecke. Wir bleiben in Österreich, diesmal aus dem Hause Hävel, eine ganzjahresdecken, gefüllt mit Tänzel. Das ist Holz in seiner Ursprungsform, kommt aus Lenzing, gesteppt wird das ganze Mühviertel, also ein total oberösterreichisches Produkt und jetzt zum halben Preis. Und Themenwechsel. Badementel für große Männer. Diese wurden erst auf der Heimtex in Frankfurt vorgestellt und sind nun ganz neu eingetroffen. Bei großen schlanke Menschen haben wir immer das Problem, dass bei der Standardform der Mantel in aller Regel ein bisschen zu kurz ist beim Arm und der Gürtel zu weit heroben sitzt. Von ganz neu haben wir einen Mäntel mit langem Rücken. Das hat den Vorteil, dass die Ärmellänge dann passt, dass der Gürtel unten unter dem Bauch sitzt, dass das zusammenpasst, dass es ein bisschen über die Knie drüber geht und dann hat das ganze eine schöne Passform. Also raus aus dem Haus und stöbern bei den weißen Wochen. Bettenammerer einfach gut beraten. Bettenammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Griskirchen, Munden, Mauthausen, Kirchdorf, Matikhofen, Everding und Salzburg.